Jo, was geht ab und willkommen zum neuen Video. Heute gibt es den Teil 2 der Randomizer Challenge oder Versuch Nummer 2 und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Zweit der Versuch, Randomizer Challenge. Und auf geht's. Perfekt. Ich glaube, brauche ich einen Spitzhack dafür. Oh man, ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen mehr gelöst. Perfekt. Perfekt. Nei. Wartiger Blöcke. Nice. Tomboss. Ich mache ein paar mit. Gleich bin ich ja im Beruf, keine Ahnung. Hier ist halt immer das Problem, dass ich jetzt wieder eine Spitzhacke brauche. Na dann. Auf geht's, Spitzhacke, bitte. Okay, danke. Perfekt. Okay, das könnte... Komm. Letzte Runde hatten wir das Glück, dass wir ins Essen hatten. Das einfach krass Essen war. Jetzt habe ich einfach gar nichts zu essen. Ich werde es gut. Ein Moment. Ein Bogen. Tatsächlich, was ist denn sinnvoll? Das bräuchte irgendwie Holz oder halt eine Spitzhacke. alles klar holz das sollte uns auch hoffentlich weiter bringen sämtliche sachen abbauen kann man auch aus der wiederentrichter aus ja deswegen habe ich damit genommen daran gedacht habe ich da nicht mehr jetzt erst dann dass ich ja auch die spitz hat und so machen kann ich dann kann ich nicht aufstellen aber den anders habe ich nicht abgebaut einmal ist doch auch nicht schlecht nützt mir ja was perfekt 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 das können wir wirklich brauchen das habe ich abgebaut und hier noch mal raus ich bin nicht von der richtung gekommen weil ich glaube das sind geräte das so wenn sie spawnen diese oder werden die irgendwann einfach geräte man könnte da theoretisch zu gucken weil einfach mal ein portal selbst die blumen haben wir auch noch nicht bringt mir nichts platz da habe ich halt schon voll hier kannst du zum enderpern finden das versuche ich gerade seit knapp 40 minuten aber ich bin noch keine also machen wir es den berg genau so ist danach totem einfach diesmal kann mir der creeper nichts das dorf ist unnötig und keine kirche auf können einfach im grunde wegschmeißen oder wir finden cobblestone wenn wir cobblestone irgendwo ran bekommen könnte ich so ein villager machen und stein springen glaubt das ist intelligent ja ja wohl genau drei gott da können wir jetzt erstmal anfangen würde ich sagen ich habe einen bohnen feile muss ich noch traden aber ich habe halt keinen also den villager halt nicht und den block auch nicht irgendwoher kriegen wir bestimmt noch feile bei 16 ender augen reicht halt schon locker aber ich mache einfach mal mehr weil hier kann immer mal was dummes passieren wir wollten jetzt feile daran holen ich habe heute das große problem mit den feilen mache ich jetzt ein anderes zu aufsuchen weil den block draften ist schwierig naja irgendwie kriegen wir das schon hin ich bin jetzt einfach noch feile unterwegs bist du da ist es gibt kohle einen grunde könnte ich mir so ein ding auch kraften ich brauche nur noch blind glaube ich komme kein blind wenn ein creeper einfach kies sprengt reicht das dann könnte für den rauskommen oder es wird nur ewigkeiten dauern oben auf dem werk oder auch kies jetzt wird es nach perfekt besser könnte es noch nicht laufen dann locken wir da ein paar creeper her ich meine mit einer diaristin wollte ich jetzt nicht unbedingt one hit sein dann haben wir schon alles was wir brauchen und dann gehen wir zurück zum dorf das war nicht weit weg das war hoch unter schnee da kommt einfach flint raus okay ich kann jetzt ordentlich mitnehmen so ich mein drei stack also wenn ich es mit drei stecken schafft dann weiß ich auch nicht besser nicht übers mehr ich habe keinen bock zu holen was ist das denn ach da ja das ist das end ja das war gerade andere oh man jawohl so jungs müsst ihr mich vorbereiten doch kein lappen auf geht's endlich bin ich mein kürbis aber auch ohne ich habe ja selbst ein toter warum treffe ich das denn nicht so schwer ist doch nicht ich habe gleich nichts mehr zu essen ich könnte pilz für uns töten und dann roh das leise ist das würde gehen ich glaube das ist das was ich jetzt machen muss ein einziger das teil noch weil wir mal kurz in bewegung ob du jetzt was zu essen danke das war überlaut welcome back to boxing oder arbeit nur kassiert Endlich, einfach zwei Stunden dafür gebraucht und ich bagge einen Block. Achso der Timer ist vorbei, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, aber ey wir haben es geschafft!